Mir wurde die Ehre zuteil, den allerletzten Teil von Let's Play Together Professor Leighton und die verlorene Zukunft zuteil zu begrüßen zum Teil, zum Bonus. Und wir fangen an mit Obstsalat. Ich bin gespannt. Ich auch. Oh, 80, es steigert sich. Oh, tausche und dreh die Platten so, dass sich die Bilder der vier Obstsorten korrekt zusammenfügen. Aber kannst du nicht drehen, oder? Doch. Nein. Saran. Lohin, noch nie mal im letzten Haus probieren. Ja, ich möchte die Leute hier nicht langweilen und wie schon gesagt, ich möchte hier irgendwann mal zu Ende kommen. Äh, welches Haus ist denn das? 166 und das Haus der Rätselhüterin. 166. Jawoll. Felder von links nach rechts und unten oben nach... Achso. 9 um 180 Grad drehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um 180 Grad. Aber warte mal, der kann mir hin. Felder von links nach rechts. Oben nach unten. Steht vor jedem die 9. 9 und 3 tauschen. Hast du? 9 um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. 9 und 1 tauschen. 9 um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. 9 und 6 tauschen. 9 um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. 9 und 4 tauschen. 9 und 7 tauschen. 9 und 2 tauschen. 9 um 180 Grad drehen. 9 und 8 tauschen. Den Rest kannst du wahrscheinlich selbst. Hä? So. So. Ja, hallo, fertig. Ach, war nicht so aufgeregt. Achso. Was? Hä? Wo war da jetzt was falsch? Hast du Safestate gemacht? Äh, Moment. Okay. Hä? Nochmal? Ja. 9 um 180 Grad drehen. Das hatte ich, glaube ich, vergessen. Ja. Ja. 9 und 3 tauschen. Ja. 9 um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Ja. 9 und 1 tauschen. Ja. 9 um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen. Ja. 9 und 6 tauschen. Ja. 9 um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen. Ja. 9 und 4 tauschen. Ja. 9 und 7 tauschen. Ja. 9 und 2 tauschen. Ja. Ja. Die wollen um 180 Grad drehen. Die 9 und 8 tauschen. Ja. Und dann das letzte Ganze wieder selbst. So, und wo ist jetzt der Fehler? Ich sehe gerade. Ich auch nicht. Isli ist gut jetzt. Ist die noch wache? Ja, Logo. Ja, jetzt auch. Noch zwei Richten. Ja. Fruchtig frisch. Dann wird es jetzt von euch ein 80 und ein 100 Tauschen. Echt? Ich glaube schon, dann haben wir 6 Tauschen. Tor der Träne. Oh nein. 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 Du bist wohl stolz auf dich, weil du das Tor der Träne schon zwangeln knacken konntest, was? Dich mal, jedoch holst du ganz viel Scheitern. Das Verspreche ist hier. Na, richtig, das mit Marvina. Ach, nein. Sag an. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. 90 Biggerad. Es sind 32. Züge. Ja, dann sag an. Wie würdest du es machen? Grün runter. Grün runter. Blau links. Äh, blau links. Figuren rechts. Figuren rechts. Gelb links und runter. Links runter. Pink runter und nach ganz rechts. Pink runter rechts. Gelb nach ganz oben. Ganz oben. Figuren links. Links. Violett runter. Ähm, runter. Pink runter und nach ganz links. Runter links. Violett nach ganz oben. Ähm, violett oben. Figuren nach ganz rechts. Äh, rechts. Pink nach ganz unten und links. Äh, runter links. Gelb nach ganz unten und rechts. Ganz unten rechts. Blau rechts und runter. Äh, rechts runter. Rot rechts und nach ganz unten. Rechts runter. Seegrün. Zwei Felder links und nach ganz links hoch. Rot nach ganz oben und rechts. Oben rechts. Blau nach ganz oben und links. Oben links. Gelb links. Ein Feld hoch und links. Hoch links, links und so weiter. Violett nach ganz links und runter. Äh, violett. Hä? Nach ganz links und runter. Wie ganz links? Ich kann nicht nach links mit violett. Warum nicht? Ja. Äh, äh, geht dann nicht. Das ist mit Gelb. Wo sollte ich Geld nochmal hinschieben? Äh, gelb links. Ein Feld hoch und links. Okay, dann dahin. Ja, und nochmal. Okay, violett. Ja, 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 ja. Ähm, rot links. Ganz nach unten und rechts. Rechts rechts. Gelb nach ganz rechts und nach ganz oben. Hä? Gelb. Okay, ja, dann nochmal nach. Ganz rechts und nach ganz oben. Ja. Ähm, grün nach oben, nach ganz oben. Ja. Ja. Rot nach ganz links. Ja. Figuren nach ganz oben. Ja. Violett nach ganz rechts. Ja. Pink nach ganz rechts. Pink rechts. Rot runter, links, runter. Runter, links, runter. Figuren nach ganz links. Links. Runter und links. Runter, links. Gelb runter. Runter. Rechts. Rechts. So, runter. Ein Feld runter. Rechts. Und rechts. Ja. Grün, zwei Felder nach runter. Grün. Und nach ganz rechts. Was? Ach so. Zwei Felder nach ganz rechts. Und nach ganz rechts. Ja. Und dann ganz links. Oh, boah. Das ist meine Antwort. Freunde. Da bin ich aber erleichtert. Es geht dem Ende zu. Unglaublich. Nun wird dieses Tor aber wirklich jederzeit offen stehen. Das will ich hoffen. Warte ab, das Tor, Mann. Sonst redet mich wieder ein. Letztes Rätsel. Und das allerletzte Rätsel. Ich bin gespannt, wie du mich mit diesem Rätsel konfrontierst. Hier siehst du den Startmechanismus der Zeitmaschine. Um Unfälle vorzubeugen, wurde eine Sicherheitsvorrichtung in die Maschine eingebaut. Ordne die Blöcke in Form eines Quadrats um die rote Kugel herum an. Äh, damit die Zeitmaschine startet. Die Position der Kugel muss am Ende so sein, wie anfangs. Ach du Scheiße. Und, willst du das allerletzte Rätsel selbst probieren? Nein. Bist du dir sicher? Ja. Komm mal runter. Es sind 39 Züge. Okay. Oberster kleiner L-förmiger Block links. Links. Kugel links nach ganz oben und nach ganz links. Links. Großer L-förmiger Block links und runter. Links runter. Oberster kleiner L-förmiger Block rechts. Runter, rechts. Z-förmiger Block hoch. Hoch, rechts. Rechts hoch. Hoch. Großer L-förmiger Block nach ganz links. Ganz links. T-förmiger Block nach ganz oben. Ganz oben. Oberster der Beine rechten. Was? Kleinen L-langsam, langsam, langsam, langsam. Nichts machen. Lass mich erst einkriegen. Hm? Pfff. Ich hab' ich da klaren. Pssst. Oberster der beiden rechten, kleinen L-förmigen Blocks. Links. Runter. Links runter. Links. Links. Runter. Runter. T-förmiger Block runter. Runter. Nach ganz rechts. Ganz rechts. Und hoch. Und hoch. Großer L-förmiger Block nach ganz rechts. Ganz rechts. Linker der unteren, kleinen L-förmigen Blöcke hoch. Hoch. Links. Links. Hoch. Großer L-förmiger Block runter und nach ganz links. Runter und nach ganz links. Linker der unteren, kleinen L-förmigen Blöcke nach ganz oben. Ganz oben. Unterster kleiner L-förmiger Block nach ganz links und runter. Ganz links runter. Runter. T-förmiger Block nach ganz unten. Ganz unten. Links. Links. Runter. Runter. Kleiner L-förmiger Block in der Mitte runter. Runter. Oberster kleiner L-förmiger Block runter. 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 Rechts. Runter. Nee, nicht nochmal runter. Runter, rechts. Runter, rechts. Wenn nicht. Okay. Kleiner L-förmiger Block in der Mitte nach ganz oben. Ganz oben. T-förmiger Block hoch und links. Hoch. Links. Unterster kleiner L-förmiger Block rechts. Rechts. Hoch. Hoch und nach ganz rechts. Äh, dann haben wir jetzt ein Problem. Warum? Hier ist nicht. Oh, oh. Wir haben ein Problem. So, der mittlere. Wie war das nochmal? Nach oben. Warte mal. Mal gucken, wo ich war. Äh, was hatten wir denn? Ah, scheiße. Wo war das? Ah, hier. Also, T-förmiger Block hoch und links. Das hat ein Mann, ne? Hoch und links. Äh, hoch links? Nee. Ähm. Ja, richtig. Genau. Hoch links. Das geht nicht. Kleiner ist. Ich kann nur hoch. Wie geht's dann weiter? Okay, ähm. Unterster kleiner L-förmiger Block. Rechts. Mhm. Hoch und nach ganz rechts. Äh. Okay. Das muss man stimmen. Ähm. Unterster kleiner L-förmiger Block. Ach nee, ne. Warte. Äh. T-förmiger Block. Rechts und unter. Mhm. Ähm. Großer L-förmiger Block. Rechts und runter. Mhm. Oberster kleiner L-förmiger Block. Ein Feld runter und rechts. Oberster L-förmiger? Kleiner L-förmiger Block. Ja. Ein Feld runter und nach rechts. Äh. Ein Feld runter und dann nach rechts. Okay. Ja. Kugel nach... Äh, nee. Z-förmiger Block rechts. Ja. Das stimmt nicht. Das stimmt irgendwas nicht. Ich kann... Z-förmig kann ich runter. Dann die Kugel nach rechts. Ja. Linker kleiner L-förmiger Block hoch. Nee. Wir haben uns festgefahren. Scheiße, Mann! Freunde, wir machen das Offscreen. Wenn wir es haben, melden wir uns. Bis gleich. Ja, ich hab's. Das Rätsel ist schon so gut wie gelöst. Ach, denn schon auch. Ja, Freunde, wir sind wieder da. Puh, da bin ich aber erleichtert. Bingelingeling. Und das ist der maximale Wert, den man da erreichen kann? Ja. Puh, Freunde, haha. Bahnbrechen, die Zeitmaschine ist nun bereit. Alter. Alter Falter, ey. Heiliger. Was? Du hast sämtliche Rätsel des Spiels gelöst. Allergrößten Glückwunsch. Noch mehr Knobelspaß erwartet dich im Rätsel der Woche. Nein, das können wir aber nicht. Weiterhin viel Spaß mit diesem Spiel und noch einmal Kompliment. Ja, danke, danke, danke. Ich glaub mir auf die Schulter. Das war's? Das war's. Bitte schalt das System nicht aus. Aber natürlich. Wir haben alle Rätsel. Schauen wir uns noch mal an. Alle Rätsel, die es gibt, Freunde. Das wär... ... in einem anderen Teilchen gewesen. Das, äh, ja, allerdings. Hätten wir's direkt so gemacht. Boah, schaut euch das an. Ist das mal... ... schön. Gut, ab und zu mit ein bisschen Hilfe, aber... ... es geht sogar weiter. Bis 168. Schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Ja, Rätsel der Woche können wir euch leider nicht zeigen, Freunde, aber... ... damit beenden wir unser Let's Play nun ein für allemal. Wir beenden hiermit auch die Bonus-Teile. Ich weiß jetzt gar nicht, der wievielte ist. Ich glaub, der siebte oder achte schon mittlerweile. Wir würden uns freuen, wenn es euch erstmal gefallen hat, unser Let's Play Together. Und vor allen Dingen würden wir uns freuen, wenn ihr beim nächsten Let's Play Together von uns beiden wieder einschaltet. Wir werden auch die NRW-Callboys genannt, Professoren für Leighton und für Luke. Ja, ich für meinen Teil kann nur sagen, es hat Spaß gemacht, mit dir wie immer. Danke. Ja, natürlich. Und ich werde mich jetzt daran setzen, die 12.000 Teile zu rendern und zu bearbeiten und die dann hochzuladen. Ich denke mal, morgen im Laufe des Tages werden dann alle Teile hoch sein, äh, online sein. Ja. Von daher, das war's von mir. Ich bin der NRW-18. Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Jetzt kommt der Kelten noch mit seinem Statement. Und ich sage Adieu. Ich bedanke mich auch ganz herzlich erstmal fürs Mitspielen an den lieben NRW-18. Ähm, mir hat es extrem viel Spaß gemacht, äh, immer wieder gerne. Und, äh, ja, ich sage auch, tschau. Uh, gut.